Jo, was geht? Heute ein kleines Video von Marburg, vom Frühjahrtrail hier. Bisschen was von außen abfilmen. Man behind the camp. Mega staubig, hoffe das sieht mega nice aus. Mal gucken was mal rumkommt. Let's go! So, da ist es dasselbe, was ich nicht so gut hier. So, das ist wieder gut. So, das ist wirklich gut. So, das ist ja 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 gut. So, jetzt kommt es um die Kamera und so weiter. Das war's für heute. Marburg an den Hölz Absolut heißes Wetter Oh Mann, das ist wieder lost Komplett los hier alles Absolut schlaubig Ein paar nice Shots eingefangen Mal gucken wie das aussieht Ich hoffe euch gefällt der Vlog Bis dann, keine Ahnung Ich hoffe es gefällt euch, ciao